Geweine Bubbles 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 I never expected pom-pom would be so distraught. Das drei Nameless mussten haben viel bedeutet, Pom-Pom. Niemand weiß genau, wann Pom-Pom boardete die Express. Aber man kann sich überlegen, dass ihre Reise hat mit vielen Hellos und Goodbyes. Wahrscheinlich mehr als wir können. Der Fakt, dass sie so stark grüßt sind, ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Es prüft, dass Pom-Poms Emotionen nicht durch den Zeitraum geblieben wurden. Sie haben immer tief in jedem Nameless, der die Express aufbauen hat. Und sie haben alle Reise, die sie mit ihnen genannt haben. Lass es zu Himeko. Wenn es um die Komfortung geht, gibt es niemand besser auf dem Express. Dann geht's Pom-Pom wieder gut. Nun, sie waren ein bisschen emotional auf dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist nicht aus der Frage. Seitdem du uns mit uns hat, die Expressen hat länger gedauert als erwähnt. Und um sicherzustellen, dass jeder immer wieder zurückkommt, Pom-Pom hat keine Wahl als zu verlassen, den Warp-Jump-schedul. Ich verstehe. Ich verstehe. Kein Wunder, dass ich regelmäßig hören, Pomp-Pom auf und auf den Korridor zu hören. Es ist, dass Pomp-Pom hat viel Arbeit für uns für uns. Wauw. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hmm. Hmm. I hope I'm not too late, child. I wasn't expecting it to be you. Don't you know how many sentry posts the family has built? And how hard it is to get you out of here? Hmm. Looks like my time's up. What do you mean? What time? Negotiation, interrogation, or death. My fate lies entirely in your hands, Lady Bonajade. The dance is done. Why bother with the compassionate pretense and give someone who's about to die the chance to talk? Despite your fall from grace, you still look well. I'm very glad to see that you're so full of verve. Do not insult my pride with half-veiled sarcasm. Have you especially come to see me just to sate your vile vanity? Oh, of course not. I merely came to fulfill your younger sister's wishes. To offer you a generous trade. That is, if you're willing to accept. Robin? To build a true haven, where everyone can attain peace. That's the oath between you siblings, isn't it? If I told you there was still a chance to realize this vow, would you be willing to talk to me then? I recognize the gravity of this question. Which is why you don't have to answer me right now. Go now. You are free, O Chosen One. Who dare to exceed his bounds. Sever your wings, descend to the mortal realm, and walk their lands. See what this world is truly like. I will not accept your charity. As I mentioned earlier, it's a trade. And you don't have to give me an answer right now. Rewards are not reaped in a day. And if there's one thing I'm best at, it's waiting. The sweet dream still continues. And the night is still long. You have plenty of time to contemplate your answer. Ah, a word of advice for you before we part ways. A word of warning from someone who's been in your shoes before. Life is too short to miss out on golden opportunities. Always sleep in four minutes. Sparke will I here not have. I have a used to be to try each other somewhere. Do you want to do this kits we're set aside? And if it's a lid that sticks? It will be mirrored. You'll be beautiful. There we go. We love you also. Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich ja schon gehört. Zeit, alle zu unterwerfen. Ich strebe nicht weniger als die Weltherrschaft an. Check out! Verkündige deine Autorität! Jetzt muss ich gerade an Cartman denken von South Park, wie er da den Schuhflur lang läuft. Respektiere meine Autorität! Respektiere meine Autorität! Oh! Möbben! Ja! 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 Spaß haben mit uns spielen Ja Spool Und Untertitelung des ZDF, 2020 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 und brinzgold so notiz sticker soll ja auch noch anbringen sollen die den neuen passen was für ein gewusel oder? Sticker Sammlung Schnellen 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 Ich meine, das ist origami-miching. Ah, jetzt haben wir auch hier die Minikapitän. Ah, ja. Das ist doch das Ding, was ich gesehen habe. Und deswegen komme ich wahrscheinlich jetzt da in die Kapitänskajüte. Man hatte vorher gar keine Chance. Der hätte ja auch so ein kleiner Hinweis irgendwie gut getan. Ich habe jetzt das Ding, was ich gesehen habe. Das sehe ich, ja? Ich glaube ich war der Werte, Herr, du hast mich nicht gemacht, du hast dich nicht gemacht, du hast du dich. Geh, 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 Geh... den habe ich schon gefunden Automat 01 Ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020